Hi, mein Name ist Haller und ich spüle euch jetzt Lawine und bin hier bei den Small Sessions. Aufgewacht, zu viel geschlafen und noch nichts gemalt. Kein Ergebnis an den Start gebracht, zu viel nachgedacht, Gedankenimplosion. Ich bin allein, mit dem weißen Zwerg kehrt Ruhe ein. Doch wie kann ich mir sicher sein, nur der Träumer sein oder endlich was riskieren? Es geht los, ein kleiner Schritt nach vorn. Nur ein Impuls und die Lawine kommt ins Rollen. Es geht los, ich denk nur noch nach vorn, weil ich weiß, dass es sich lohnt. Und blickt zurück, mit etwas Glück so manches hingekriegt. Und trotzdem selber nie den Mut gehabt, einfach mitgemacht. Und kein Ziel gehabt, außer dabei zu sein, nicht allein zu sein. Es geht los, ein kleiner Schritt nach vorn. Nur ein Impuls und die Lawine kommt ins Rollen. Und es geht los, ich denk nur noch nach vorn, weil ich weiß, dass es sich lohnt. Und, 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 und. Es geht los, ein kleiner Schritt nach vorn, nur ein Impuls und die Lawine kommt ins Rollen. Und, 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 und Vielen Dank.